Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Boss Guide. Wir sind jetzt vor Vorarbeiter Knirsch, der Crusher im Englischen heißt, genau. Und ja, ich sag mal, der Boss ist jetzt nicht wirklich unbedingt so schwierig und das Ganze zieht sich länger. Fünf bis sechs Minuten im Normalfall. Und an sich gibt es zu diesem Bosskampf nicht wirklich viel zu sagen. Ich fange einfach trotzdem mal an, um ja, das Ganze ein bisschen zu erklären. Der Boss startet mit vier Ads in dem Raum, den ihr gerade am Anfang nicht gesehen habt. Ich habe dann schon mal ein bisschen weiter gemacht. Ja, das sind vier Ads, die müssen wir zu Kampfbeginn umhauen. Das habt ihr vielleicht kurz am Anfang gesehen. Und dann startet an sich schon der Bosskampf. Ja, wir haben das Ganze wieder mit einem Tank, fünf DDS, zwei Heilern gemacht. Das selbige Setup wie die anderen Guides. Ja, was macht Knirsch an sich so? Er schmeißt ab und zu mal so Steine oder Dreck in die Luft. Und das Ganze läuft ab wie in normal. Allerdings hat man ein bisschen weniger Zeit. Man sollte also schleunigst aus diesem roten Fadenkreuzkreis, ja, was es auch immer ist, das werden wir uns auf jeden Fall im Video öfters noch sehen. Da sollte man schnellstmöglichst rausgehen. Da links sieht man jetzt gerade, genau. Ja, Steine sind das. Ja, Steine. Und ansonsten kann man dazu noch sagen, es kommen ab und zu Ads, die ihr gerade hier seht. Die gerät es dann schnellstmöglich wieder umzuhauen. Am besten zieht die einer irgendwie an sich und dann haut man dann ein paar AOE-Fähigkeiten rein. Die halten nicht wirklich viel aus. Das ist ein bisschen mehr als normal, aber trotzdem kippen die schnell, relativ schnell um. Von daher kann man da schon irgendwie eine Idee, den Initial-AOE-Schaden drauf machen. So, machen wir es zumindest. Und da sammeln sich die Mops, dann kuscheln wir ein wenig und dann au-ehen wir die Ads dann weg. Ja, einmal in der Minute gerät Knirsch in eine Art Raserei. Da hittet er ein bisschen fester und der Tank sollte in dem Fall dann auch mal einen Q-Dawn nutzen, damit sie die Highline ein bisschen einfacher haben, weil der dann schon relativ hart zuschlägt. Und nachdem der diese Raserei beendet hat, ich kann es jetzt nicht genau sagen, müsste er den nächsten Spieler anschautschen, der am höchsten der Agro ist. Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, im meisten Fällen war ich das. Der chargt einen dann so an, wirft einen hinter, muss man halt wieder neu an den Bossraum ranlaufen. Das dürften wir jetzt, glaube ich, auch nochmal sehen. Haben wir jetzt auch schon vorhin einmal gesehen. Ja, ich verlasse euch nicht unbedingt da drauf. Ist allerdings auch nicht so wild, kann man wegheilen. So, ja, da genau das meinte ich. Er schlägt einmal zu, geht dann zum Tank zurück und das war's dann an sich schon. Ja, dann schlägt er einmal auf den Boden und das erzeugt einen Knockback. Der Tank wird zurückgeschlagen, genauso auch die Milis. In meinem Fall halt leider nur ich. Ja, was heißt leider? Eigentlich in meinem Fall zum Glück nur ich und ein Tank. Ja, und an sich war das schon der komplette Bossfight. Gibt, wie gesagt, nicht wirklich viel zu beachten hier. Außer, dass man halt aus den Kreisen rausgeht, die Ads relativ schnell wegfokust und das war's dann an sich schon. Mehr kann man dazu absolut nicht sagen. Es ist wohl wenig, aber der Tank sollte halt schon ein bisschen Gier haben, um die Hits dann auszuhalten. Beziehungsweise damit das Mahler der Heiler dann nicht so allzu schnell runtergeht. Da greift er mich nochmal an. Ich kriege dann direkt einen Instant-Heal schon. Beziehungsweise ich werde dann angecastet. Und die Ads kommen dann auch regelmäßig wieder. Die einfach umhauen. Seht, das geht relativ schnell. Hier haue ich dann noch schnell einen Battle Reds raus. Glücklicherweise haben sie es noch nicht rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die das irgendwie mal vorhaben. Ich bin da momentan recht zufrieden damit. Einfach in Vanish gehen. Und dann Outfight einen normalen Reds raushauen. Das ist ganz lustig so. Ja, und ich würde sagen, ich verabschiede mich dann schon mal, weil es kommt wirklich nicht mehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Guide. In dem Fall dann hoffentlich wieder morgen. Ich werde das definitiv dann morgen wieder fertig machen für euch. Und sage, ja, schönen Donnerstagabend noch. Mein Name ist Kalix. Bis zum nächsten Mal.